So, wohin soll ich kommen? Beifuß. Beifuß. Ich schreit dich? Ja, wir müssen jetzt hier in dieses, hier müssen wir jetzt rein in dieses kalte Nass. So, hier, siehst du das? Oh, jetzt schilf. Der springt jetzt zuerst, du oder ich? Ja, ich schreit doch schon hier rein. Der nächste wäre fällt. Der, der schreit, der fällt. So, ist das jetzt hier sehr tief, das Wasser? Oh, schön, hä? Guck mal. Marjan, du musst das wirklich herrlich. Hier, guck mal. Also hier ist noch flach, ne? Haben wir nichts zum Stechen, also zum hier. Haben wir nichts zum Stechen. So, wir machen jetzt gerade mal eine Tiefenkontrolle. Stehst du? Ja, ein bisschen fast. Also es ist sichtbar. Was? Der Grund? Der Untergrund, ja. Und wir sind jetzt, wir sind aber noch gar nicht so weit drinnen jetzt im Wasser, ne? Ja, das ist jetzt eigentlich relativ flach. Flach. Du bist so nass geworden. Ja, ich habe sie aber hochgekrempelt. Ach so, also du bist schon im Oberschenkel sozusagen. Also anderthalb Meter. Ja, hier auf jeden Fall, hier auf jeden Fall. Hier, so. Und hier, pass auf, hier ist jetzt, wenn man jetzt mal guckt. Wenn ich weitergehen würde, dann wäre ich hier bestimmt. Kopf, Höhe, Höhe. Ich würde sagen, genau. So, hier wäre jetzt, so. Also, einen Köffer würde ich hier nie machen wollen. Oh ja. Nee, nee, nee. Warum nicht? Dann könnte es passieren, du kommst unten auf. Einen flachen? Flach, ja. Ja. Und eine Arschbombe würde auch gehen. Nein, das würde auch gehen. Also, wir müssen jetzt, schweiz, hör auf. Also, wir müssen jetzt davon ausgehen, hier gehen wir jetzt hin, so. Müssen wir jetzt hier so. Jetzt ist es hier zu Ende, so. Und jetzt. Nee, einschritten. Es geht noch nicht. Ja, ich muss das jetzt nicht immer so. Doch, du musst bis an die Linie. Und dann? So. Ja, ja. Also, mach vor. Ich mache das jetzt nicht mit dem Gerät. Aber schön ist das. Wenn es waterdicht wäre. Schön, hä? Siehst du das? Guck mal hier. Oh, ist das nicht herrlich. Leute. Jetzt passierst du irgendwie auf dem Bild. Mit diesem Berg da. Im Hintergrund. Ja, ja. Aber ich muss mal sagen, schön ist es. So, jetzt gehen wir erst mal was trinken. Gehen wir hier wieder unseren Steg zurück. Ach, übrigens. Hier ist der Steg. Und jetzt schwenke ich mal kurz da oben. Hier, gar nicht weit. Guck mal, guck mal. Da, 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 da. Da. Da ist unser Häusl. Ist das nicht geil? Wieder runter? Und übrigens, habe ich was entdeckt. Und da habe ich was entdeckt, damit auch die Marion ins Wasser geht. Habe ich was entdeckt. Ich habe was entdeckt. Leute, ich habe was entdeckt. Wir sind gerettet. Marion kann auch ins Wasser. Aber nie zu weit raus. Ach so, was denn da? Ja, die Leine zum wieder einziehen. Der Rettungsleine. So, jetzt gucken wir uns mal den Steg an hier. Das ist sozusagen unser Badesteg hier. Hier, Thomas. Ja, bitte. Geh mal näher mit der Kamera ran. Ich geh mit der Kamera näher ran. Weil du musst uns zeigen, dass der Steg unter Wasser ist. Ja, ja. Der ist ein Stück unter Wasser, der Steg. Logisch dachte ich, dass ich das überrasse. Ja, so viel unter Wasser. Hör doch mal auf. Du musst ja meine Schuhe nicht nass machen. Was habt ihr da für Bordeschuhe? Also glaubst du. So. Den Meinen nehme ich dafür. Nehmen wir die Hände aus den Tassen. Wenn wir schon für dich das Ding hier drehen, den Film, die Dokumentation. Dass du deinen Leuten noch sagen kannst, wie schön sie ist. Wir machen jetzt einen Allentudler auf. Die Mutti trinkt das. Was? Ich lasse es doch nicht in Ruhe jetzt. Und ich mach bitte, mir macht sie bitte einen sogenannten Dagger auf. Möchtest du das auch machen? Ja, gut. Ja.